Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Was ist das? Lade nach, ich bin die Deutschen von der Bälle. Was ist los? Hast du die Hosen voll? Lade nach, haltet mir die Deutsche von der Pelle! Das war nur die erste Gruppe. Jede Sekunde kann die zweite Welle kommen. Nachladen und Waffen und Munition sammeln. Nicht nachlassen! Sie testen unsere Verteidigungen! Der echte Angriff steht bevor! Alle Mann in Deckung! Bewegung! In Deckung! Noch mehr deutsche Affenarii! In Deckung! Affenarii, Sperrfeuer! In Deckung! Im Schützenloch bleiben! Bringt nicht viel, aber so schnell fließt es haltet da nicht die Rübe weg! Wartet, bis das Sperrfeuer aufhört! In Deckung bleiben! Die müssen jetzt draufgelassen zum Schutz! Macht euch bereit! Ich kann da draußen gar nichts sehen! Wo kommen sie denn los? Da kommt die zweite Welle! Haltet sie auf! Bleibt in der Nähe des Bunkers! Durchbruch an der Westfläche! Gehen Sie in der Nähe des Bunkers! Packen Sie die Seite! Los, los, los! Hab ich festgenagelt! Nehmen Sie die rechte Träte! Deutsche Splittergranate! Goldberg! In Deckung gehen! Los! Magerboden! Die Schützenländer! Die Schützenländer! Sie sind auf Deckung! Halbkämpfchen! Ein Fahrzeug kommt in der Weltkrank hoch! Die verletzten... Lassenländer! Ab sie schützenländer! Ein Jungen! Halt! Bleiben liegen! Du Ratte! Ungarn! Rufen Sie den Kommandant! Was? Was? Wir sofort hintersehen! Also geht's in Fahrzeug! Kommt den Weltkang hoch! Achtung! Wir haben eine Kanate! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen! Du hast nur einen reichern, du dummes Schweizer. Du bist so ein bisschen, wenn du tot bist! Erzählen! Stau! Keine Fahrtdorf! Was? Achtung! Hab ihn die Beste! Ich habe ihn, Neville! Ich habe einen! Ich habe einen! Was von uns am Boden? Handgranate, raus da! Neville, Neville! Ich habe einen! Halb, Captain, krass! Und guck den Westen! Halt hoch! Hey, meine Wappen ist lecker! Die Schachthilfe, er wurde getroffen! Halt die Tiefel an! Abfangen! Hecht! Frostman! Dimmel! Dimmel! Dimmel an! Dimmel an! Ich werde nicht arbeiten! Schmerz, Feuer! Einer ist erwischt! Leergeschlossen, lade nach! Leergeschlossen, lade nach! Lade nach! Weiter vorwärts! Grossman! Lade nach! Halten wir die Deutschen von der Bälle! Waffen und Munition sammeln! Waffen nachladen! Benutzt die Waffen des Feindes, wenn ihr keine Munition mehr habt! Verstärkung in den fünf! Durchhalten! Herr Herren! Verstärkungen sind unterwegs! Sollten in fünf Minuten hier sein! Artillerie, Schmerzfeuer! In Deckung! Noch mehr deutsche Artillerien! In Deckung! Alle Mann in Deckung! Bewegung! In Deckung! Wartet, bis das Sperrfeuer aufhört! In Deckung bleiben! Los! Naub! Denkst du schreiten! Lade nach! Gehen sie! Rangers! Haltet die Positionen! Nein! Lasst euch nicht in den Kopf! Konnt leid! Lasst euch nicht in den Kopf! Steinkt vor! Haltet eure Stellungen! Steinkt auf die noch ner! Von hier! Vorsicht, Banate! Jawohl! Reins! Ich bin ein Dolce B. Zudembleiben! Tiger-Panzer! Ein deutscher Panzer kommt in Orkheim auf! Was zum Teufel soll, wir gehen kraftlich anrichten! Hier, wir müssen in der Wehung durchgehen! Wir müssen noch auf die Höhe gehen! Wir müssen noch auf die Höhe gehen! Wir müssen noch hier! Alle, wir müssen noch auf die Höhe gehen! Alle, wir müssen noch auf die Höhe gehen! Auf Wiedersehen! Weitere Feuer, nicht ablassen! Deutsche Knaze, weg hier! Siemens, Molle! Siegerpanzer kommt in den Offenraum! Siegerpanzer kommt in den Offenraum! empirischer, Feier einfach durch. Siegerpanzer ist eigentlich in den Offenraumvalley. Siegerpanzer kommt in den Offenraum! Siegerpanzer sind zur Führung! Die Anwäl termosiert�nenbrechen! Siegerpanzerpanzer stand für Schlüssel! räger verheiratet Maschinen, Weitere, vorwärts! Weitere, Geil! Kult dritt! Ich soll dich von deiner Schwester rüsten! Keine geschehen Granate! Stadni, Kälter! Stadni, Kälter! Stadni, Kälter, Riesen! Komm, komm, komm! Komm, komm! 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 Los, weg! Komm, komm! Komm! Komm, komm! Wärme! 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 Wir haben ihn erwischt! Wärme! 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 Hey, seht euch die Abzeichen an! Das sind Verbündete! Heilige Scheiße! Das sind mehr als 10.000 Menschen, die sich in den Augen erfolgen! Sie fallen zurück! Wer sind wir, Jungs, Sarge? Unsere Schutzeile, McCloskey. P-51 Mustangs. Kommt keine Sekunde zu spät. Sehr gut, Jungs! Es ist geschafft! Jungs!